Welche sind die besten Apps für den Microsoft Surface Pen, die ihr auf eurem Surface Pro ausprobieren solltet? Einige spannende Funktionen sind hier in Windows 10 eingebaut, aber wenn ihr handschriftliche Notizen aufschreiben möchtet oder etwas zeichnen wollt, dann braucht ihr schon eine App dafür. Nun, ich bin Andrzej für tabletblog.de und hier sind die besten Apps für den Microsoft Surface Pen. Übrigens, die meisten Apps funktionieren sehr gut mit dem Microsoft Surface Pro 6, dem Pro 7 hier, dem Surface Go und den Vorgängern, aber auch mit dem Surface Pro X. Einige sind damit aber nicht kompatibel. Beginnen wir mit einigen Apps, die zur Grundausstattung gehören. Die erste App, die ihr nicht täglich nutzen, aber zumindest kennen solltet, ist die Surface App. Mit der könnt ihr sehen, welche Surface ihr genau habt. Wenn ihr mit eurem Gerät Probleme habt, könnt ihr von dort auch das Surface Diagnostic Toolkette herunterladen. In der App wird auch angezeigt, wie viel Energie noch in der Batterie des Surface Pens steckt. Außerdem kann man den Stiftdruck verändern, wenn ihr mit dem Surface Pen härter oder leichter aufdrücken möchtet. Die Surface App ist vorinstalliert. Mit der App Ausschneiden und Skizzieren könnt ihr einen Vollbild-Screenshot erstellen oder aber etwas von eurem Bildschirm ausschneiden. Habt ihr das getan, könnt ihr Notizen oder Zeichnungen zufügen und mit Stiften, aber auch mit einem Lineal arbeiten. Die App kann man über das Startmenü starten, per Tastenkürzel aus Windows-Taste, Umschalt und S, sowie per Doppeldrücken mit der Radiogummi-Taste des Surface Pen. Das könnt ihr den Einstellungen anpassen und auch dieses Feature ist ein Teil von Windows 10. Für schnelle, kurze Notizen könnt ihr die kurzen Notizen benutzen, die ebenfalls in Windows eingebaut sind. Die findet ihr entweder über das Startmenü, aber standardmäßig auch, wenn ihr die Radiogummi-Taste des Surface Pen lange runterdrückt. Das ist eine sehr einfache Notizen-App und wir schauen uns komplexere später an. Nützlich ist die hier nur für kurze, schnelle Notizen, daher der Name Kurznotizen. Normalerweise benutze ich Chrome als meinen Browser und ich kenne kaum welche, die mit Edge wirklich zufrieden sind. Spannend ist Microsofts Edge aber dann, wenn ihr Webseiten beschriften und speichern möchtet. Das funktioniert nämlich besser als mit dem Screenshot-Tool, da ihr in Edge die ganze Webseite mit Anmerkungen versehen könnt. Wichtig zu wissen ist, dass ihr mit Edge auch in PDFs handschriftliche Notizen und Zeichnungen einfügen könnt. Wer das nur ab und zu mal tut, braucht dafür also keine extra App. Edge ist kostenlos natürlich und vorinstalliert. Windows 10 kommt standardmäßig mit einer Karten-App. In den meisten Fällen wird vorzugehe ich Google Maps, aber ab und zu kann die Karten-App von Microsoft für einige interessant sein, nämlich dann, wenn ihr zu einer Router Anmerkung hinzufügen möchtet. Viele brauchen das möglicherweise nur ein paar Mal im Leben, aber wenn ihr Veranstaltungen plant, könnt ihr so gute Notizen zu Karten hinzufügen oder aber wenn ihr Kartenmaterial für eine Präsentation benötigt. Gut, kommen wir zu den besten Notizen-Apps. Die in meinen Augen beste Notizen-App für Windows und insbesondere für Surface-Nutzer ist Microsoft OneNote. Über die Cloud bleibt OneNote immer synchronisiert und es gibt gute Apps für Android und iOS. In OneNote könnt ihr beliebig viele Notizen in beliebig vielen Abschnitten sortieren. Notizen können handschriftlich oder per Tastatur aufgeschrieben werden. Ihr könnt aber auch Sprachnotizen aufnehmen, Bilder einfügen und etwas abfotografieren. Microsoft Surface Pen wird in OneNote sehr gut unterstützt. Immerhin ist es eine der wichtigsten Apps für den Stylus. Wie gesagt, ihr könnt damit handschriftliche Notizen aufschreiben, man kann aber auch gut Formen zeichnen, sogar Diagramme und es gibt ein Lineal. Nützlich ist, dass man handschriftlichen Text in Computertext umwandeln kann. Für Schüler und Studenten ist auch interessant, dass es Mathematikfunktionen gibt. Ihr könnt beispielsweise Gleichung aufschreiben und OneNote daraus Graphen zeichnen oder aber die Gleichungen lösen lassen. OneNote ist komplett kostenlos. Ich finde der Einstieg in OneNote ist sehr einfach. Wenn ihr aber alle Funktionen kennenlernen wollt, lohnt es sich mal bei YouTube nach Anleitungen zu suchen. Eine Alternative zu OneNote ist Plumbago, das ebenfalls kostenlos ist. Auch das ist eine Notizen-App, mit der ihr verschiedene Notizbücher mit beliebig vielen Seiten führen könnt. Plumbago ist nicht so komplex wie OneNote und hat nicht so viele Funktionen, doch dafür ist die App einfach zu lernen und man findet sich sehr schnell zurecht. Die App könnt ihr am Microsoft Store herunterladen. Bamboo Paper ist eine Notizen-App von Wacom, die es für Android, iOS und Windows gibt. Das Prinzip ist wieder das gleiche. Man kann Notizen in Notizbüchern speichern, Handschriftliche Notizen niederlegen und Zeichnungen anfertigen. Die App ist sehr einfach und übersichtlich aufgebaut. In diesem Fall sind die Grundfunktionen wieder kostenlos, da kann man zusätzliche Zeichenwerkzeuge und Hintergründe gegen Geld freischalten. Eine weitere, etwas komplexere Notizen-App ist Encodo. Hier kann man Notizen wieder in Notizbüchern speichern. Ihr könnt mit verschiedenen Pinseln schreiben oder zeichnen und könnt auch ein Lineal verwenden oder gar eine Sprachnotiz einfügen. Encodo ist kostenlos, doch kann man für rund 4 Euro einige Pro-Funktion freischalten. Am häufigsten werde ich nach Apps gefragt, mit denen man PDFs beschriften kann. Hier sind zwei, die mir sehr gut gefallen haben. Der PDF-Reader von Sodo ist eine ziemlich gute App, mit der man PDFs lesen, erstellen, bearbeiten und beschriften kann. Mit der App könnt ihr bestehende PDFs öffnen und handschriftliche Notizen hinzufügen. Ihr könnt aber auch Texte markieren, entweder frei Hand oder mit einem extra Tool dafür. Praktisch ist auch, dass ihr Dokumente unterschreiben und eure Unterschrift für später speichern könnt. All das funktioniert erstaunlich gut. Wer möchte, kann damit auch PDFs erstellen. Entweder startet ihr mit einem Blatt Papier, einem blanken oder aber mit einem Foto aus der Galerie oder ein neues, das ihr mit der Kamera aufnehmt. Nun kommt das Beste, der PDF-Reader von Sodo ist komplett kostenlos. Drawboard PDF ist ein kostenpflichtiges PDF-Programm, das rund 12 Euro kostet. Es bietet ähnliche Funktionen wie der PDF-Reader von Sodo, ist aber deutlich komplexer und bietet viel mehr Funktionen. Auch hier könnt ihr PDFs bearbeiten und eure handschriftlichen Anmerkungen hinzufügen. Ihr könnt Texte markieren und zusätzliche Zeichnungen anfertigen. Außerdem könnt ihr Seiten in bestehende PDFs einfügen, PDFs erstellen und vieles mehr. Das Interface gefällt mir deutlich besser, denn es wirkt deutlich moderner. Interessant ist, dass ihr zusätzlich ein Pro-Abo abschließen könnt, das rund 25 Euro im Jahr kostet. Dann bekommt ihr auch Funktionen wie einen digitalen Winkelmesser, kalibrierte Messwerte und einen Document-Bilder. Ich denke, das lohnt sich nur, wenn ihr bereits wisst, dass ihr das beruflich braucht. Schauen wir uns ein paar gute Zeichen-Apps an. Eine der besten Zeichen-Apps für das Surface Pro ist Sketchbook von Autodesk, das komplett kostenlos ist. Der Surface Pen wird sehr gut unterstützt. Mit verschiedenen Pinseln könnt ihr drückempfindlich Zeichnen und Malen und natürlich beliebige Farben auswählen. Es gibt Hilfsmittel wie Lineale, solche Rundenlineale und sogar Funktionen, mit denen ihr zwei Seiten synchron zeichnen könnt. Das sieht so aus, als wäre ein Spiegel in der Mitte. Nützlich ist auch, dass wir in Photoshop Ebenen unterstützt werden. Probiert Sketchbook mal aus. Ich finde, die App ist richtig gut umgesetzt. Ich denke, damit wird man auch professionell gut zeichnen können. Sie funktioniert mit dem Surface Pro 7 und allen Vorgängern, nicht aber mit dem Pro X. Wenn euch Sketchbook nicht gefällt, könnt ihr euch Sketchable anschauen. Die Grundfunktionen sind sehr ähnlich. Sketchable ist eine Zeichen-App mit verschiedenen Pinseln und Hintergründen. Sie ist aber nicht ganz so umfangreich. Und für einige zusätzliche Funktionen muss man das Premium-Paket freischalten, das knapp über 25 Euro kostet. Nicht ganz so umfangreich wie Sketchbook ist die App Freshpaint. Dieses Malprogramm ist eher zum Spaß haben, denn es gibt nicht ganz so viele Werkzeuge. Hier könnt ihr hauptsächlich mit Pinseln Ölgemälde malen, aber auch mit Bleistiften zeichnen. Das sieht ganz schick aus. Aber wie gesagt, ein professionelles Programm ist es nicht. Freshpaint ist gut, um einfach mal ein bisschen herumzumalen. Vielleicht für Kinder. Die App ist kostenlos und es gibt sie ebenfalls im Microsoft Store. An dieser Stelle möchte ich auch Adobe Photoshop erwähnen, denn der Surface Pen wird erstaunlich gut unterstützt. Ich kann nicht zeichnen und tue das auch nie, aber ich fotografiere viel und bearbeite meine Bilder gerne. Mit dem Surface Pen kann man in Photoshop beispielsweise wunderbar Sensorstopp entfernen oder aber etwas ausschneiden oder retuschieren. Das funktioniert ziemlich gut und die Performance der Surface Pro ist auch ausreichend, solange ihr nicht mit zu komplexen Dokumenten arbeitet. Photoshop ist natürlich nicht kostenlos. Ihr müsst eines der Adobe Creative Cloud Abos haben. Mit dem Surface Pro X oder Surface Go funktioniert Photoshop nicht ganz so gut, läuft aber. Beenden wir diese Liste mit einer App zum Spaß haben. Zen ist ein Ausmalbuch. Laut eigenen Angaben ein Ausmalbuch für Erwachsene, aber ich denke Kinder werden damit auch Spaß haben. Naja, es ist letztendlich ein ganz normales Ausmalbuch, nur eben digital. Es gibt verschiedene Muster und Bilder, die ihr dann ausmalen könnt. Eine ganze Reihe an Vorlagen sind kostenlos, genauso wie die Apps selbst. Wer alle Muster freischalten möchte, muss aber rund 9 Euro zahlen. Gut, das waren die besten Apps für den Surface Pen der Microsoft Surface Tablets. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare und schreibt uns auch, wenn ihr eine App besonders empfehlen könnt. Eine, die ich vielleicht nicht genannt habe. Ich denke, das wird alle Surface-Bersitzer sehr interessieren. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.